Das Besondere an unserer Region ist das Hallertauer Hügelland, wo man auch bayerische Toskana dazu sagt. Weil es kommt entweder ein Buckel oder es kommt ein Wald oder es kommt ein Hopfergarten. Das macht unsere Region so besonders. Als Ausflugsziel würde ich euch natürlich unser Hopfenmuseum in Wollnzach empfehlen. Da steigen sie noch mal tief in die Geschichte der Hallertau ein und da könnt ihr mal sehen, wie sich die Leute früher mit dem Hopfenanbau geblockt haben.